hey ho leute und willkommen zu einer weiteren folge road to gold heute mit dem fabi ja wir hatten schon ein eine begegnung der bronzinen arts einfach nur grauenvoll so wie spielt man graves ich glaube ich muss ja ich glaube ich muss mir schnell raussuchen was macht man was macht man irgendwie warum wird zeigt mir eigentlich die seite an ich wäre nicht in einem aktiven game erstmal helme aufsetzen hier als ich übrigens gesehen habe ich habe jetzt die ganze zeit drauf gewartet dass dieser dieser neue kaiser skin rauskommt weil ich mir den holen wollte habe ihn nicht gehabt und jetzt in dem champion aus vorher war auch immer drin also fehlen schon wieder zwei leute bleiben zum gar obwohl der war meint ist jetzt nicht da ist und das ist wieder das wo das ist auch da kommt noch kommt noch vielleicht ja doch wie gesagt das das geht ja mal noch aber so lange nicht das habe ich bisher noch nicht gesehen muss ich zugeben habe ich schon gesehen habe ich schon selbst gemacht also normal games es geht ist jetzt nicht so schön dass wirklich das geburtsjahr von dem alten von dem dude hier ist dann ist er 40 ja der heimer ja es wird sich geworden ist einfach mal ich kann jetzt schreiben heim orio wurde hier soll mein gott ich habe nicht dagegen und von mir aus kann es auch 16 und liegt so ist halt nur ungewöhnlich ist so gut dass der reaktion noch schlechter als unsere nicht zwingender weise aber das heißt vielleicht flinkt er dann ja gar nicht so weil er vom kopf her halt nicht unbedingt 13 ist wie die meisten leute die das hier spielen könnte aber aus dem akku grenz war sein übelartig krank sie hat nie als erstes gespielt das ist ihr scheiß ernst vielleicht will sie die welt mit ihr auspushen Hätte sie es schlau gemacht, hätte sie sogar verhindern können, dass ihr Mana Shield so verratet wird. Ich frage mich, wie Ornn durch den Jungle kommt, also, ein Urn durch den Jungle kommt oder nicht, ich meine, er hat ja so einen Flimmbrohrer quasi. Naja, da kriegt er dadurch auch ein Schild. Ich würde jetzt eigentlich gern mal Richtung Mitte gehen. Wieder. Und ich bin, ja und, nein bin ich nicht. Aber ich habe hier hin müssen. Ja doof, doof, doof. Ecosloh, unser Top-Länder-Slow. Doch der Bot-Lane sind auch low. Ah, ich komme. Das Ding ist der Jungle, könnte hier gewesen sein, weil der Skala gemacht wurde. Manchmal kann kommen, solange Morgana am Binding trifft. Äh, kannst gerne kommen, aber ein Binding treffen wird sie nicht. die sind auch schon weggegangen weil ich die pflanze dahin geschossen habe aber das habe ich eigentlich gemacht damit ihr ein bisschen zeit habt weil die hat jetzt bei übelsten form vorteil wohl hat sie nicht genau so viel form wie ich ich kann nicht aus der fronten gehen so das leben habe ich hoffentlich wieder wenn ich unten bin der flash war nice muss ich sagen sie ist über dem boomerang geflasht ich wäre bei meinem bei meinem können wäre ich sogar noch in die zweite in den boomerang so reingeflasht dass ich dreimal getroffen wäre weil das das sind dinge eine spezialität das habe ich drauf top line miss noch mal die web das und dann gehe ich möchte aber beide sind um heißt aber auch dass ich die andere nicht nerven kann wenn wir brauchen nicht unbedingt zu machen für seine türme da er kurz er wurde uns haben als raus das ist jura ist nicht da da ist sie wieder bist du jetzt in meinen jungle gegangen tja da hat sich die kugel gefressen und erst danach spell shield gedrückt organa man sieht dich hier schade wäre ein freak hier gewesen aber naja scheiße das ordentlich geflasht ich sag das ist ja uninteressant für die leute was organa sollte eigentlich schon ihr black shield haben lässt sich jedes mal wieder routen wenn ich das camp hier mache bin ich level 6 das verstehe ich nicht die morgana ist jetzt wieder reingegangen sind los ich komme ja und dings ist auch hier kann man auch mehr ich guck mal ob es sein blue ist ab sie stirbt sie stirbt so was dämliches ich habe sie sogar noch nicht so schnell die könnte zu dir kommen kommt zu dir hat der ecco mir leider mein kill gesteilt alter ecco chill dich den ganzen familien kriegst du nicht habe ich jetzt nachher ich war das noch die ganz kurze zeit für schuhe wollte es wieder mit sie pusht auch nicht dagegen sie kann last ist nur noch aus das schön ich habe mich getäuscht hat gerade alle kosten man jetzt hier verkackt so zum größten teil Ey, ey. Come on, come on, er geht worden. Let's go. Garen, warum drückst du nicht einfach er? Oh, da ist Heimerfinger. Was traurig ist, Garen hat halt Ulti-Ready und er hat halt einfach nicht geultet auf den Nasus. Ja, also Heimerdinger und so sind alle wieder Bots hier. Ich kann jetzt dem Echo und so nicht helfen. Hallo, wer bist du? Brake wäre übrigens dann, wenn wir jetzt die wieder wegpushen hier. Wenn in der Mittellane gepusht ist und auf der Botlane gepusht ist. Okay, Heimer hat Ulti verballert. Welche Ulti? Also ich meine Heimer. Nein, nein, nein. Er hat nichts gesetzt. Ist ausgelaufen. Achso. Okay. Echo tot. Ja, ja. Feuerhals. War super gut drauf, der kleine Kollege. Ich soll man da was machen. Der so rein springt. Oh, Ordens, Ordens auch hier. What the fuck? Warum stellt sie da ein Wort rein? Weiß ich nicht. Vielleicht weiß ich das. Ist auch ein Pink. Ja, vielleicht wollen sie das clearn. Du kannst davon ausgehen, dass die Dings jetzt auch. Guck, die Silvia kommt auch dahin. Da wird's schon wieder Base gehen? Oh, ist bei mir im Jungle. Oh, no. Ich hab hier gedrückt, da war ich aber schon tot. Ja, die spielen halt jetzt übelartig um die Botlane rum. Weil sie halt denken, sie können hier großartig was holen. Kriegst sie nicht, da klatscht ich jetzt und dann... Okay. If you say so. Ja. Ja, das guck die Gra, ne? Guck die Kratz! Unser Scheiß-Bot-Tower wird übel eingepusht. Ich hätte Ulti, das hat gereicht. Da ist ein Wort. Ja, das ist das Schlimme, der Echo ist halt auch dauernd Botz. Wow, ich komm zu keinem Farm. Echo. Hier, mit Lame. Ja, du kannst auch deinen Tower benutzen, du musst einfach einreißen lassen. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, warum konnte ich gerade keine Ulti einsetzen? Stun ihn! Oh, geschau. Bitte geh Base. Bitte geh einfach Base, Morgana. Bitte, bitte, bitte. Hätte ich Ulti-Werdy gehabt, ne? Wäre das ein Kill gewesen. Na, ich kann nicht weggehen, weil... Wir haben First Tower bekommen, allerdings auf der Top Lane. Sehr schön. Und sie wie er pusht gerade schon wieder gegen... gegen mich. Muss einkaufen. Ja, 2k... 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 Oh, ich hab meinen Early finde ich vollkommen verkackt. Ja, also Dings ist weg. Unten hier. Beides. Was hat der für ein Jungle-Item? Ja, okay, ne, war meint. Blue's Might. Chillings Might. Morgana setzt nur Pfütze unter den... Oh. Gut, macht sie. Da ist, äh, sie, wir. Ich hab keinen Ghost Pro already. Ah! Hey, 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 Morgana, 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 Morgana! Alter! Good fucking job, ey. Alter, sowas Behindertes, ey. Nicht sowas, ich wieder seh. Come on! Let's go! Oh man. Ich weiß nicht, warum unser Midlaner tot ist und Morgana da ein Support Fight macht. Schade. Und ich bin auch einen Tick zu früh reingegangen. Guck. Buon, muss ich jetzt ein bisschen besser spielen. Ja. Wissen sie gut. So. Ich bin so groß. Ich bin so großartig. Also, mal so großartig. Ich werde noch ein Moment zurück. Ich brauche meine Kraft zusammen. der war gar nicht so schlecht ja aber dafür ist links wieder unten hier schön alleine ich verstehe ich hätte nicht verlieren müssen wenn die morgana und mäßige e hingesetzt hätte oder die monster die wäre es gewesen aber wirklich die sie haben beide top lang holt ja kommt ja kommt ja aber klar die dann bitte gehen jetzt beide drauf noch ein tower top ja ich versuche jetzt die zyra hier ein bisschen einzuballern sein red buff ist noch ab war ab meinte ich habe sie natürlich nicht gekriegt weil sie hat multien als direkt ruhig geballert und hat mich einfach mal eine stunde lang gerutet aber ich glaube sie den tor trotzdem bekommen morgana bitte komm nicht bitte komm nicht supporte dein team wir können natürlich auch mitte will ich würde ihn nicht ungern einsetzen beim ersten tower neben den hinten schnell in der base dann wegkommt ist ja noch besser vollkommenes zerstörung ja wer findet da unten auch garan das bleck steht so ungefähr gefühlt zu spät ich habe den tor noch gesagt cool kann ich die red buff hat meiner läuft eigentlich gleich aus wie stehst du denn da ein jahr von mir aus alter money look at my body ich will nicht bringen ich habe 900 aber ich habe mir jetzt schon zwei items gekauft und ob das hier noch das ist schon ein bisschen kreativ das kommt hier erstmal so kommt schon der schlimme ist eigentlich müsste ich die ganze zeit fort gehen und dann dort unten immer spit pushen wie spitzer einfach erst mal pushen dass wir den tauren auch weg kriegen ich muss jetzt eigentlich top gehen denke ich mache ich auch ich meine tor fällt aber dann kann ich auch der top lane pushen und da den herald einsetzen die von denen ist ja auch nicht da aber ich habe jetzt gerade in einer sind in einem kurzen feil hier ohne mehr der tor ist weg und die stecks krieg das hatte ich leider auch nicht ich hätte wirklich einfach in die top lane laufen sollen ja hast du herald irgendwo was jetzt gehabt nein noch nicht noch nicht deswegen denkt man hier kriegt er jetzt was weil die waren teilweise ja ja aber ich kann nicht ich kann nicht rein spielen weil guck mal an die die scheiß heimat haben mich hier fast komplett zerstört da muss ich doch jetzt auf das item gehen nicht wollte ich brüche jetzt bot lane ich breche top lane erst mal ab weil jetzt weiß nicht mal den herald ausläuft setzen einfach oben alter lassen wir den bauern so ein dreckiger garen spaß wer zu ziehen naja guck mal scheiße ich habe meine ulti nicht mehr rausbekommen durch dass sie wir kamen die charge der china und der tower alter gefressen der dies ist hinter dir pass auf der aus meinte dich ja was soll ich machen ich habe ich habe ich habe nicht angefangen aber warum stand so dann alleine vor dem ja weil ich eine weitergemacht habe der garan hat sie weg gepusht job garan ist fast von 11 ich bin ja es ist ein garan der ist weggelaufen mit viertel zum leben oder so und hat dann gemein ich hab's nicht gesehen naja egal 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 ist halt so ist ein objektiv dafür feiert man wenn es sich lohnt es ist ein ocean drake es lohnt sich immer sie wie es weg war gerade noch was heißt sie können jetzt in irgendeiner problem mit der mitlein auftauchen ich habe mein black lieber fertig muss nur noch am einkaufen gehen wir können ihn nicht weiter ich bin ich da du bist nicht ja ja ich brüche und das ist jetzt endlich mal diesen scheiß bot auch mal versucht zu bekommen da war es von der mittlere gelaufen riesen wave und ich muss weg aus der mitte das geht nicht okay so jetzt gehe ich wieder mitte und morgana ist tot das war klar stop fighting was ist das ist so wieder typisch bronze idioten schlimm ist ich bin selber einer aber ich weite nicht so dumm der nasus kommt jetzt aus dem river was schlimm ist wir hätten sogar gegen zwei von denen fighten können ich schreibe die auch noch fucking sie dir ne fucking blödheit what und das ist und stop okay Ich kann mich da nicht vornherein stellen schon heftig wie laut das weit hier zwischendrin ist hast du gesehen was mit der sie wie passiert ist ist geplatzt hier richtig geplatzt ich kann eigentlich machen ja kann man machen wenn ihr mich selbst ich kann ich mich schon raus bin ich noch gestorben dafür kannst du mal irgendwie body blocken irgendwas du vollpfosten karen ist drei level unter mir was ich bin vier level über dir ja gut okay du bist ja 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 gut guck mal an was was du für form hast aber scheinbar kommt auch keiner in diesem game zum fahren ich versuche zu formen ist nicht so schlimm wie mit der sona letzte runde brauche eigentlich nur meine stark ich hoffe ich krieg ein stack für die kanone auf der top lane ich komme nämlich herangelaufen ich will die kanone nicht gehen die kannst du von mir aus kennen ich will nur in der nähe sein für das weg ich sag mal jetzt nicht dass ich sie kraft Nein tut sie nicht ich hab halt nur ein red trinket doch hat sie ich glaube da kommt was top lane ja ein urn kommt da to play nee nicht nur der oi guck mal die bio ich hab gar nicht so ich wollte grad sagen hier ist auch noch ein wort machen den einfach ja wir haben nichts womit wir wo 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 ja dreifahrungs tot oh nee ich sterbe an urn ja bin mit ulti reingegangen und dafür sogar noch krepiert oh der garen ist so scheiße naja das wars wohl der garen verliert gegen einen drei item nasus wie kann das sein er hat schon er hat also bisher noch keine armor doch 20 armor durch seine ninja tabis sonst hat er magic resist ja gut er kriegt ja automatisch armor durch seine passive armor er baut halt aber nur nur live items bisher keine resistenz das ist halt ein bisschen doof so wie ich gern diesmal schade ich habe es aber auch ein bisschen hart verkackt in dem team so auf jeden fall ich weiß es nicht also ich habe definitiv verkackt weil ich habe beim ich habe ulti benutzt zum reinrutschen hätte ich mein flash gehabt hätte ich sie wie auch easy geholt aber hatte ich nicht das problem ist ich wollte eigentlich hier kam halt nicht mit meiner auto attack an sie ran also in range für die auto attack sagen wir so wie kann denn das sein der fucking ohren ja und heimer macht jetzt ende wir sind ziemlich langsam ja aber auch beide zürme weg nee oh ich sehe nicht oh minions alter nein nein oh mein gott ja es ist wieder so dass ich kann meine lane gewinnen so viel ich will trotzdem keine chance zu gewinnen weil du hast irgendwelche idioten als team kollegen und wg ent die Gegner haben oder wir nicht wir nicht Ah.